Arsene Ich hab keine Sons, Digga, warum? Den Arsene Ich hab zwar verhüllt in dieser Stunde Wer ist das, Digga? Wer ist das, Pinguiner? Wer ist das, Digga? Kannst du eier lecken, wenn du willst Ist es online? Ja Ach sooo Oooo He? Ich bin einfach verre- Ich seh nix, Digga In dieser Sons ist bestimmt nie so ein Inder, Digga So ne 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 Ich muss kurz Sound-Bot anmachen, Digga Komm gleich, er ist weiter, er kommt Boah, jetzt hab ich gefürzt, aber zu spät Jetzt könnt ihr kommen Komm du? Warte einen Moment, ich komm, ich komm, er ist bald da Jetzt hat Ah, Jassins Gitar 6 hat gestartet Jassin ist weg Ready Ja, Ding, äh, Amaterasu von Minister Willkommen Hallo Ah Ah Oh, der kriegt da einen geschleudert von der Katze Hallo Hört ihr mich nicht? Was machst du, Digga, hallo? Achso, ich dachte Ich spiele es halt online Komm raus Komm raus aus deiner Platzangst Komm raus Digga, ich bin Müllmann, Digga Breitling vs. Müllmann Müllmann Sossies, man Lappen, let's prefer Und Warum Was ist das? Was ist das? Wenn es wir nicht? Man braucht es, ich bin Würde Warum Ich bin Voll Ich bin ein kurdischer Polizist, hier gesehen. Polizist, polizist. Müllmann, Müllmann! Ah, hi. Hi, abi. Hi, tschüss. Tschüss, die Oblevenerhände, hier. Ah, ah. Oh, oh. Gut, ja, was denn? Müllmann, morgen Müllmann. 1A, 1A. 80, 80. du bist das doch wer ist dieser Müllmann ich kann nicht hoch ey ey aber wo Dome Dome ich höre dich nicht warum nicht JBB hat er etwas hochgeladen als ob ist der Dings Ultima Ratio ist das ist das so schön Ratio ja Matavario Bruder was macht dieser Hai Digger oh shit Digger da muss ich mich einmischen ja suck man also ich finde es immer wieder bemerkenswert wie schnell ihr manchmal wach seid das ist geisteskrank guck mal er bringt wieder und dass ich den weg habe Digger ist K.O. ist Weltuntergang ich seh nix ich seh nix wo willst du mich rausschmeißen ich weiß es nicht ich kann dich nix rauswerfen ich streite mich mit dem Sack komm bitte oh nein geh halt hoch hä ich weiß mal Handstand Bruder ja 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 nein ja keine Chance Digger bin ich gut in sowas ja 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 nein Rocky 5 Digger Rocky 5 ja Rocky hier PiS DICH Pis Dich nein nein komm mit komm mit komm mit komm mit ja ja nein Du wirst aber auch er ausfasst aus der Diggens aus der Art tu Müllmärl, Müllmärl! Ich hätte 2 Sekunden mehr überleben müssen. Ich bin krass, Müllmärl ist das Beste, meine Müllmärl. Oh nein, U-Bahn. U-Bahn, das schlimmste Map auf der ganzen Welt, Digga. Oh nee. Ich will so einen Hut haben, gib mal jetzt. Okay. Ich bin runtergefallen. Nicht sch... Hallo! Okay, Digga, du willst es nicht anders. Komm her, Türki. Komm her, Junge. Du lernst jetzt den Zusatzdeutschen kennen. Komm mit, Junge. Komm mit. Du willst nicht verspielen, du kommst mit mir mit, Bruder. Willst du mich verarschen, dumme, Digga? Ja! SWAT hat seine Ehre gefunden. FBL-Kombi. Bruder, man schlägt keine Aufkam, Mensch. Was mach ich mit jedem der AFK-Match im Bock? WTF? Im Rall, Alter. Was ist denn? Was ist... Ja? Hä? Steh auf! Das verstehe ich immer noch nicht, Digga, wie das geht. Was? Oha, Digga. Widerstandsfähig. Steh auf, Digga! Der liegt da rum. Er wartet auf den nächsten Zug. Jetzt, jetzt, jetzt. Fahrkarte... Fahrkarte schon gekauft, Digga. Ja. Hey, mein Hand hat gebackt. Achso. Achso. Was machst du? Hau ihn da runter. So ein Affe! Versteh das auch nicht. Irgendwas ist mit dem Spiel passiert, das ist mir seit dem letzten Online schon aufgefallen. Es liegt jetzt nicht an Emre, sondern generell am Spiel irgendwie. Irgendwas ist passiert. Jawohl, Junge. Ja, oha, Junge. Abo. Ja, aber der Zug kam der auf der anderen Seite. Abo. Jawohl. Grunde für Zug kommt aus Grunde mit 1000 km. Nee, nee, nee. Zug kam nicht. Oh nein, ich bin eben zwei Meter Riese mit Taco-Taco-Wurzel. Abo. Bruder, was ist mit mir los, Digga? Hä? Guck mal, wie ich mich bewege. Nee, hä? Oh, was? Alter, was war das? Digga, er macht, er macht wie Dings, kennst du, wie Stier so, einmal rum, in dem Kopf, wie Stier, Alter. Was war das? Einfach, Digga, aus meiner Stelle verfahren. Aber du bist geflogen, Digga. Das war Dings, das war Jassins Nacken. Digga, was geht ab? Oh, Bratling wird von Müllmann gefickt, Digga. Müllmann hat mehr Kräfte durch Müllseck getragen. Oha, oha. Digga, 6 for light. Really hysteria, Digga. Undertaker war hier. Undertaker. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, Leuchten, Digga. Hast du Leuchten? Digga, machen wir 261er pinken. Mach ich so scheiße pinken gerade, oder was? Guck mal, wie ich mich bewege dir, was ist mit mir los? Ja, was ist das? Ich glaub, Bruder, ich glaub OneEye hat irgendwie gesoffen, oder so. Ey, was ist hier los? Ich... Irgendwas stimmt nicht. Ja, ja, ja. Bruder, guck mal, was ist... Digga, warum bewege ich mich so komisch? Irgendwas haben die wieder am Spiel gemacht, Digga. Ich glaub, unser Ping ist aber auch oben, ne? Ich seh' unseren Ping nicht. Was ist denn? Wo kann man das anmachen? Oben links. Ich weiß es nicht, Bro. Warte mal, Option. Wo? Wo? Ne. Ne. Ah, Grafik? Ich liebe dich, Emre, Emre. Komm, Baby. Eingabe? Nein. Audio? Nein. Ja, keine Ahnung. Ach so, Wario? Man merkt das aber so richtig komisch, Digga. Ja, ja, ich glaub die Map ist schuld. Hab wohl alle drei rausgeschmissen. Och. Ich beweg mich irgendwie so richtig komisch, so janky wie sich. Janky wie sich? Nee, ich mein das ernst. Ich mein's nicht mal auf Ausrede angelehnt. Jawoll, Digga, hä? Hallo? Ja. Ist es dein Ernst, Digga? Ja. Das ist hier logisch. Ja. Komm mit, Digga. Ey, was? Warum schaukelt das so? Keine Ahnung, Digga. Ich sag ja irgendwas mit dem Spiel im Arsch. Digga, die supporten das echt gar nicht, weil es ist so schade. Wallah. Es ist... Es ist schon schade. Es ist verpackt einfach. Apu! Alter, wo? Ich fick den Müll, Mann, Alter. Hör zu, hör zu, hör zu. Man hört bei dir nichts. Boah, ich stimme Scheiße hier, Digga. Mal Mund zu. Das ist... Das ist... Ja, kurz auf, Kajuns. Okay, okay. Ich komm nicht, warte mal. Okay. Mach nix. Digga! YASIN! Ja, du willst den Zufall Deutsch kennengelernt, hä? Hey, Digga. Wann er? Wann er? Wann er hat, Digga? Ja, ich komm auf den Längen, mein Arsch. Guck. 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 Komm lass den hier, der FK man Er ruft sich aus, er liegt am Boden Er kommt, er ist gleich da Oh, gib Kuss, Digga Leck mein Ei Richtig dicks Bussi, Alder Jassin Du willst den Suicide, hast ja meinen Titel, Digga, Suicide-Deutsch, er nervt Guck mal, wie stabil sein Helm ist, Digga Digga, du bist unsichtbar, hä, wo bist du? Da Wie ein Umfeld Ja, wo ist der, Mann? Keine Ahnung Guck mal aufs Handy während der Wieso bin ich noch? Was machst du unter der Treppe, Digga? Ich hab mich schon mit Jassin in den Tod gestürzt, Digga Seht mal ehrlich, hat er mich angegriffen, als ich auf Cover? Ja Ja Nein Man sieht's im Video, Bruder Wie kann man aus Versehen jemanden angreifen? Wie kann man aus Versehen jemanden angreifen? Er hat dich erst angegriffen, dann hat er den Bussi gegeben, so auf Familienbasis Ohhhh, damn Ja, warum schubst du nicht, ey? Ja, Bruder, wenn du AfK angreifst Da kommt der Suicide-Deutsch, Digga, wenn du AfK angreifst Digga, schon so schnell Warte mal, ich muss hier meinen, den Müllmann aufs Maul geben Abo Nein Nein Alter Junge Bro Das Suicide-Deutsch, Digga Er rastet aus Okay, komm, jetzt lass ich's jetzt meinen War ich voll gemeint Ja, Ausseherkräfte AfK angreifen, dann schon aber jetzt Ah Emre, was... Oha Müllmann gerade Müllmann ist hin Abo Äh, wa, wa Hä? Bro, der hat mir mit Hinterkopf gegeben Jaste, was machst du? Er macht Spaga... Emre, 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 gefällt dir das? Äh, hab ich doch nicht Komm, Breitling, Junge, wo Kraft, wo? Müllmann, Morg, Müllmann Müllmann hat mehr Kraft Äh? Müllmann, Digga, Müllmann Hast du gesehen? Müllmann, Digga Junge, ich speise 1000 Meter gegen die Wand, Digga, ich flieg aber runter Boah, ich warst du hier gegen diese, gegen diese weibliche Dings, äh, weißt du noch, weibliche Bodybuilder Warum machst du jetzt so, so hinterrücks? Mach mal das so bei dir, hm? Mach mal das so bei dir, hm? Mach mal das so bei dir, hm? Nein, was geht bei euch ab? Warum mach mal das so bei dir? Tschüss, Junge Du bist einfach von Zugüberfahrer, Alter Du warst schon Suicide-Deutsch mitgenommen Mach mal Dings Zugansage, Achi Nee, wenn du wahrhaftiger Kurde bist, dann greif ihn jetzt an Was macht der da? Abo King Kurde, King Kurde kommt Sag nur etwas für einen Kurde-Sound Oh nein Du schau mal wieder hin Guck mal wieder hin Was macht Yasin, Digga? Der wartet auf Dinge, auf Dinge Hüßchen habe sein... Warte Oh, mir fehlt noch ein Stern Ja, strich sich an Oh nein Na, da gibt es ein bisschen lauter Stern Schon wieder Boi 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 Oh je 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 Ja, moin Digga Meine Eisscholle geht einfach direkt runter, wo ich spawne Perfekt Danke für nichts Abo Oh ja Junge Ich fick mein One-Eye gleich Wie der mich nervt Digga Ich krasse über Ja, komm, geh hoch Aaaaaah Ich werd gleich wieder so am naturellen Tod sterben Hey Jungs Kumpel Ja Yasin, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe Aber ich glaub meine Erscheinung Wegen Arbeit und so steht zu 100% fest Du gehst raus Äh Bruder, ich geh zur Polizei 100% Oh Digga Yeah Polizei ist eigentlich... Polizei ist geil Digga Polizei ist missgeil Ich krasse Das ist Mein lieb Warum hat der scheiß Bodybuilder ne Jeans an? Jump attack! Jump attack! Jump attack! Jump attack! Jump attack! Er wurde gecaged. Das ist ein Cagefighter. WTF? Ähm, der steuert das? Hä? Ja, weil er so... weil er so ein dicker Mann ist. Komm, Digga, was geht, hä, Türki holen? Oder ich hab dir voll kopflos gegeben. Müsst du in die Nock? Ja, genau. Was ziehst du denn? Jetzt komm mal rein, nicht in den Cagefight, Digga. BAM! Aua! Aua! Der Türki ist so draus! Ja, BAM! BAM! Mein One-Eye ist gehärtet, Digga, aus dem Stahl. Amelie macht wohl ein Mysterio. Oh! Amelie Mysterio auf der Eichschule. Ich strip, ich strip für euch hier oben, schaut her. Ach, hinter dir. Hi, Jam. Schaut, ich strip für euch, Schaut. Warte, komm auch. Guck, 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 guck! Aaaaah! Wie auf Mount Everest, Digga. Du bist ohne Grievous direkt wieder untergeboxt. Von Mutti Man. Schau, hier mein Fuß, Digga. Amelie, komm, du leckte Füße. Der ist tot, Digga. Der ist gestorben, weil er meinen Fuß geleckt hat. Der geht von Megalata und seinen Schwanz lecken, Digga. Megalata. So ein Bodybuilder, Digga. Der hat ihn aufgefressen. Polizei, Frau Hilfe! Ja! Ja! Auf dem Boden, oder es knallt. Hahaha. Ach, hier ist immer sein, der rennt ohne Sicherung rum. An seiner Pistole. Damit ich auspacken kann und direkt so diese schwarzen Nigga abschießen kann, oder? Hahaha. Diese schwarzen Buschkrieger. Guck mal, was ich mit der Lampe mache. Busch. Das ist gar nichts, ich komm jetzt hoch. Siehst du das? Bumst die Lampe, Bruder. Ich hab keinen Ahnung, was unter mir abgeht. Hahaha. Du hast festgehalten, den hat er einfach losgelassen. Guck mal. Guten Tag, der Herr. Was wollen Sie? Runter! 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 So. So. Nanananii! Kurdische Polizeigewalt! Runter! Ah, Bruder! Ah, der brennt den! Hahaha. Kurdischer Opernsänger. Ich kann nicht kommen. Runter! Runter! Ja, so geh mal weg, Bruder. Was willst du eigentlich mit deinem Bodybuilder-Körper, Digga? Ja, willst du boxen, ne? Beide haben verkackt, oder? Wie hast du geguckt, dass du Wasser... Wie hast du den Kopf an, Digga, was er macht? Ja, sag mal. Ja. Johann, Istanbul wurde nicht gefunden. Istanbul wurde geschlagen. Warum kommen eigentlich keine neuen Maps, Digga? Das regt mich auch irgendwie auf. Weil gegen Karo, der Developer hat keinen Bock mehr, Digga. Hat der vielleicht mehr Spiele, der Penner? Boah, ey. Oh, oh. Also ich weiß, es gibt ein Spiel, das so ähnlich ist, wie Gangbusters als Party-Animals. Ja, scheiße. Echt? Ich hab' vor dem Zeug gesehen, von das eigentlich gar... Nee, hier sind so viele Spiele dabei, die so kindisch sind. Digga. Ey, reiß den Boden raus! Bruder, reiß die ganze Werbetabler auseinander. Oh. Ey, hörst du keinen Weg, boah, er ist zu breit. Er ist zu breit. Alter, was? Er ist zu breit. Ey, ein Stern noch, Digga. Da müsste Laura stehen. Oh nein, ich bitte dich. Emre, lass rüber, Emre, lass rüber. Digga, guck mal, was ein Verräter, Digga, was ein Verräter, ich wusste es. Er, lebst du noch? Nee, nee. Ich hab' mir auch nicht gehört, du lebst wohl noch, Bruder. Äh? Oh? Emre rüber, Emre rüber, Emre rüber, Emre rüber! Äh, er wird ja verrascht. Er denkt auch, er ist Dings, keine Ahnung. Obwohl, er wird ja waschen. Oh nein, oh nein. Oho. Alter, was? Hey, ich bin noch! Ah, nee, doch nicht. Springe, springe, springe. Nein! Nicht so, springen! Ach, pfff. Ich bin noch vom Umliegen, Digga. Ey, du Huchen, such dir auf! Ey, ey, ey. Nein, ach. Ja, ich bin noch vom Kopf, Digga. Mein One-Ei tut weh. Guck mal, er ist gefickt. Junge, guck mal, was ist das? Wie lange ich noch bin? Ich bin hier unten, oder? Ich bin hier unten, oder? Ja. Pass auf. Oho, ey, was? Ey. Ja. Dommel, Dommel. Du musst so bleiben, du musst so bleiben, du hast das. Spring, spring! Aaaaaaah! Pfff. Wieso kippt der nicht aus? Na, ey, Dommel. Dommel, Dommel. Dommel hat ja diese Stange gegen den Kopf bekommen. Die geben sich die Stange nicht. Was? Ey, ist das Ding, mein Auge ist aus Grumstall, oder? Das ist ein Metall-Ei, oder was? Ja. Das ist krass. Halt dich fest, Ari. Ich glaube, die Autos werden mal wackeln. Oder, oder? Ich kippe die LKW, du skuggische LKW. Ja, da kippe ich da noch ein Deutschen dabei, Digga. Nimm, da passt es hier. Hallo? Hey, oha? Ach. Ich kippe auch raus, das geht ab. Hey, was geht ab? Das ist einfach Dreck 17, Digga. Irgendwas passiert doch bei der Map-Balt. Hallo? Hallo? Oh! Was macht denn da? Auf dem LKW, Digga. One-Ey, oder? Ja. Du wieder aufstehen. Ja. Ja, meine Fick. Schlag der LKW. Rund, rund. Ja. Du wieder aufstehen. Ja. Ja, das ist ja voll der Trick. Ja, Digga. One-Ey. Oh. Hä? Ich meine, das ist... Ich meine, das ist... Ach, ich geh richtig gut, du bist geh auf dem LKW-Blo. Oh nein, ich geh auf... Das ist nun mal sicher jetzt. Ich bin der Fahrer, oder? David. Ich bin der Anhänger. Ich meine... Ich geh nach kurz, dann. Ja. Die gehen zu nahen, hier, Digga. Jetzt bin ich auf der Kürtisch. Warte mal, kann ich das hier aufschlagen? Bro, ha! Ey, ich glaube, es werden immer wilder. Ja, das ist ganz schlecht. Ich muss Nasenkotzen. Leg dich hin, du Wichser! Ja. Hallo. Hallo. Ha! Oder Willkommen bei Airlines auf LKW. Ha! 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 Folgt von... Kurden! Türksche... Kurden! Türksche Spuren! Boah, Digga, das wäre... Nein, komm mal ein bisschen näher, Digga. Ich probiere jetzt was. Mega-August. Ja! Oha! 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 Aber mach doch was, hier, A3-Sypernel. Das sagt der Typ, der da oben noch... Aber du lebst doch mal überhaupt. Ja, natürlich lebe ich. Ne, ich meine... Ah! Nee! Ich wollte drüberspringen. Tschau, tschau. Yes, yes, yes. Hallo? Aber... Wie kannst du draufbleiben? Wie? Bruder, mein Auge ist gehärtet. Aquarium, Digga. Das ist in Schale geworden. Wie... Die frisch getrennte Ehemänner. Meiner nicht. Meiner nicht. Geh weg, Müllmann. Geh weg. Psych, man. Ich will hier mitkämpfen. Ich will hier mitkämpfen. Was machen wir da? Ja, er wird Bankdrücken als Dings, als Breitling. Komm, ich nehme auch mit. Ich bin zwar kein Breitling, aber ich kann trotzdem Bankdrücken. Komm, warte, Schäfte. Warte, pack an. Jawohl. Jungs, was geht? Ey, was macht ihr jetzt? Ich mag dich doch. Die Türken schlagen sich im Wasser, Bruder. Warte, ich schieb diese Bank da rein, Digga. Oh nein, krank, man. Oh nein, was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Nein, mein Kopf steckt von mir drin. Du hast den Kraken beschworen, Digga. Ey, Jaston, was machst du da eigentlich? Nein, 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 nein. Guck mal, wir haben beobachtet sein auf Dings. Hier, hier, hier. Ich zeig dir mal, wer Bankman ist, Digga. Komm mit. Komm, komm, komm. Komm, hier, 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 hier. Hier, nimm mal diese Bank. Hier, Jaston. Digga, was machst du? Du wirst jetzt unter die Bank gehen, mein Freund. Ich kann nichts mehr machen, Junge. Was hast du gemacht? Ja, ja. Ja, ja. Jetzt ist die Kraken weg. Nein. Wo ist Emre, Digga? Der wartet nur aus. Da ist er. Komm, Digga. Nein. Nein. Hey. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. So, come on, Digga. Suck, man. Suck, man. verpiss dich du scheiß Tentakel ja wahrscheinlich dicker bin halt übel schlecht im klettern krack hat mich gefressen ich komme nicht hoch ich komme nicht hoch Oha Eiger, der hat noch E4-9-Stern, yo Ich geh mal nicht Oh, Scheiße Ach, nein Ich kann die Map gar nicht noch Er redt weg Müllmann redt weg Seid hier Ah, der kommt zu mir Komm mehr, Digga Marek, kannst du mir helfen? Mh, warte, ich muss mich auf Emry Emry kümmern Scheiße Bruder, Digga, Emry geht einfach nicht Nock Ich merks Schmeiß runter, schmeiß runter Der kann ja nicht, der schwir instet auf Digga, Bruder Hä Wie, oh, wie, Muck Jawohl, hast du gut gemacht Einmal hin, ne One-Eye, Digga Beide auf mich gehen, Digga, die Kekse, Alter Echt? Ich hab dir grad selbst schon mit dir gekämpft Beide wollen mich, Alter Ja Ich will dich sowieso, weil du einen vier Stern hast Oh, nein Neee Die Würstchen werden sich entscheiden, Digga Junge, nein, Bratling, geh, Dings, die Salat essen Nervlich Mit der Rückhandelsseite gekriegt Komm her, Bratling, Dings, mit deinen Fake Muskeln Mit deinen Steroiden, Digga Tschüss Ey Wo willst du den Müll, man Wo, oh Wornig, wornig Ja Das ist, wenn Deutschland und Kurdistan zusammen ein Land eröffnen Staublich Deutschkan Kurdisland Kutisland Aua Ah, Emre, zwei mit der Riese sind zu stark für mich Ah Ah Boah Ah 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 Aua Emre, Emre, der hat harte Fok- Boah Komm, Fertifuchs Miniman Komm mit, Digga Hupft Hupf Hupf Hupf